Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays Splatoon, dem Online Multiplayer mit mir und dem Yoshi Tendo, mittlerweile schon Part 100 von diesem wunderschönen Online Let's Play und wir sind jetzt im, 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 im Kofferverschlager und haben hier Spaß mit Turmkommando. So, ich bin wieder euer Yoshi Tendo, dass ihr eingeschaltet habt, äh, ich hab mal grad das Mikro ein bisschen anders hingesetzt, also vor meine Fresse platziert, könnte sein, dass ich entweder überscheuere oder, äh, geiler Klingel, keine Ahnung, ne, geiler Klingel jetzt nicht unbedingt, aber, ähm, halt, mal ein bisschen A, das hab ich nicht gesehen. Ja, ja, ich glaub, das ist ein bisschen lauter, ich mach mal hier ein bisschen zurück. So, ähm, ja. Wir spielen Turmkommando, ich bin mittlerweile A plus, plus 30 Punkte und ich denke, die werde ich auch wieder ganz schnell verlieren. Das wird, ja, sicher. Alles klar. Hm, hab euch auch lieb. Oh, ho, 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 ho. 77, 76, ha, ja, schönes Spiel. Ha, ja, ich liebe es. Hallo, so Turmkommando, äh, auch, guck mal, da kommt einer von oben, ist das nicht nett? Geh mal weg da. Du gehst da auch weg. Und da. Nein, gib ihm da noch, nein, gib ihm da was. Nein, ist da daneben geflogen. Das ist doch nervig. So, hier muss erstmal wieder ein bisschen grüner gemacht werden. Das ist schlecht hier. Äh, so, mal einen Sprinklauch umrangesetzt. Das finde ich mal ganz gut und ganz nett. Ja, wunderbar. Los geht's. Turm gesichert. Let's go. Let's go. Ach, kann ich nichts hier machen. Verdammt. Oh, wow, das hat mich einfach von hinten gesehen. Ups, ups. Ja, naja, 73. Na ja, gut. Ja. Also, da ich lange nicht ablos bleiben werde, das ist mir schon selbstbewusst. Ja. Das ist, glaube ich, auch, ja. Uh, da ist was hinten. Aha, der macht mal, ich gehe mir ja auch keine Chance, ne? Oh, super daneben. Ja, gar nicht mal daneben. Er ist so zum... Er ist so zum... Er ist so zum... Er ist so zum Kotzen. Mann, oh. Voll ärgerlich hier. Zum Gegnerhand. Hey. Aber mein Team spielt, glaube ich, auch nicht gut. Warte mal. Gratis hier. Meine Güte. Bleib schön hier, mein Lieber. Oh, die haben ja auch echt fiese Taktiken drauf. Das ist schon nicht mehr schön. Ach, hi. Was geht so, Bombe? Ich glaube, das hat Spaß gehabt. Wow. Alter, alter, alter. Machen wir mal hier ein Tinferno hin in die Mitte. Okay, getroffen. Wunderbar. Schon gesichert. Und los geht's. Ich versuche mein Glück. La, 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 la. Ich bekomme Unterstützung, ne? Bin nur mal so gefragt. Oh, ich bin da gefallen. Oh, ich bekomme Hilfe. Dankeschön. Ich bekomme keine Hilfe, meine ich natürlich. Ach, kommt schon. Alle von meinem Team sind tot. Boah, sind die schlecht. Darf ich bitte mal anmerken, mein Team ist schlecht. Nicht nur ich selber. Dankeschön. Aber er hat auch geklärt. Ich. Der hat mich doch nicht getroffen. Ja, sicher. Hm. Klar. Der hat mich getroffen. Hm. Ach, ja. Ja, ja, ja. Weg damit, habe ich gesagt. So. Oh, hi. Was geht? Ja. Ich hasse A-Plus-Liga. Oder mein Team. Weiß ich nicht. Ob ich jetzt mein Team mehr hasse oder das Gegnerische Team. Das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, das ist Dominanter. Da kannst du sagen, was du willst. Ah, was geht so? Oh, hi Bombe. Wo hab ich denn den roten Schaden da ratbekommen? Klar, die Bombe. Hallo. Na, wir haben mich wohl. Lebe ich glatt. Gar nicht lange. Gut. Dann haben wir ihn auch gequert. Finde ich schön. Oh, Mann. Äh. Ja. Spaß. Ja, da ist man doch so ein Spaß. 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 Und noch so viel Spaß. Hallo. Ich hab mich noch schon mehr gesehen. Bleibst du wohl hier stehen? Weil eine gibt es uns auf den Keks, ne? Oh, getroffen. Geht doch. Aha. Warte. Irgendwelche Herrschaft. So. Er hat mich nicht gesehen, ne? Hat mich hinten einer gesehen? Nö. Alles okay. Nein, bleib hier. Drauf. Weg. Weg. Los. Wir leben. Irgendwie. Ich lebe noch. Mir kann auch keiner helfen, ne? Ich find das so ne Frechheit. Weg damit. Oh, das ist ein Kotzen. Weg damit. Weg damit. Hilfe. Ich seh nicht mehr durch. Ich seh nicht mehr durch. Ich hab keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich lebe noch, aber ich hab keine Ahnung mehr, wo ich war. Oh, da war es so ein schlechtes Loob Battle. Come on, J. Verloren. Ja, schön. Schöne Spiel. Ach, ja. Ach, ja. Ich würde mal vorstellen, ich bin so lange, bis A+. wieder weg ist. Das wird nicht lang getauert. 8, 9. Geht aber noch eigentlich, also. Pei ist nicht so schlimm. Hey, minus 8. Schön. Gefällt mir. Oh, Mann. Oh, Mann. Schön. Kann ich fortsetzen, ja. So. So. Wir warten wieder auf unsere Gegner. Und Mitspieler zugleich. Mhm. Das tun wir. Oh, ja. Das macht Spaß. Hey, Lube, Steffen. Stufe 50er, einfach nur. Alles aus Stufe 50er, außer ich. So krass, ey. Äh. Ne, nicht meine Liga eigentlich. Aber trotzdem bin ich jetzt hier. Punkasius Skatepark. Here we go. Mit einem Roller, mit einem Eimer, mit keinem Sniper am regnischen Team. Alles klar. Los geht's. So, vielleicht ist es ganz gut, hier mal hier so sich was hinzumachen. Seit jetzt so eine gute Idee war, weiß ich noch nicht so ganz. Ich geh mal links rum. Wird schon gut enden. Nämlich gar nicht. In den Tod, glaub ich eher. Oh, ich hab ein bisschen was getroffen. Ah, okay. Perfekt. War gut gewesen. Äh, ich möchte hoch. Ich möchte noch mehr hoch. Ich möchte hier hoch. So. La 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 la. Hilfe. Da ist halt Lila, das hinten. Warte, ich seh nix. Und bin tot. Das war klar. Aber zu erwarten. Das ist nichts Neues. Oh nein. Tun geht sicher. Turm in Gegner Hand. Immer wieder schön. Hallo. Wie geht's mein Türmchen? Oh, ich hab dich. Alter, ich spiegle auch so schlecht. Ne? Das ist der Hammer. Wow. Wow. Echt jetzt? Boah. Nein, das muss hier nicht sein. Weg mit euch. Tschüss. So. Schon wieder 80 Punkte. Kann ich wahr sein. Der hat mich getroffen? Noch? Oder vorher? Ich glaub vorher noch, weil ich da zu viel Schatten bekommen hab. Ach ja. Oh, 75. Oh, ganz knappe 75. Hä? Ich hab da irgendwas getroffen unten im Boden. Hm. Jetzt war es weg. Oh, tu mir Gegner an. Äh, in unserer Hand. Sehr schön. So, los. Mach deinen Springer stolz. Wow. Nein, ich möchte hier weg. Ich möchte hier weg. Bin ich da? Warte. Ich möchte dir hier helfen. Aber es kann gefährlich werden. Genau, damit zum Beispiel. Warte. Dunglos gesichert werden. Ja, okay. Von mir aus. Ich hab einen getötet. Bin zufrieden. Okay, 35. Oh, sogar. Mehr noch. Sehr schön. Oh, geil. So, sehr. Viel mehr noch. Oh, war falsch gesetzt, der einer. Oh, ich hab keine Tinte mehr. Keine Tinte mehr. Ich hab keine Tinte mehr. Ich hatte keine Tinte mehr. Oh, aber wir haben gewonnen. Yes. Aber so schlecht. So richtig schlecht. Aber egal, wir haben gewonnen. Da zählt. Juhu. Juhu. Oh, yeah. Oh, yeah. 3,5. Naja. Mit Ruhigbegleitern kann ich mich jetzt nicht damit. Nein, das kann ich echt nicht. Ey, 36. Oh, 600 Punkte mehr. Sehr schön. 4.500 Punkte? Ach ja, gibt's ja immer. Ne? Stimmt. Naja. Fällt eigentlich so auf. So. Weiter geht's. Nee, Quatsch. Man kriegt, glaube ich, mehr Punkte, weil ich jetzt in der höheren Liga bin. Ich glaube, sonst waren es mal 3.500, oder? Ich meine, ja. Vielleicht auch nicht. Mir ist das auch egal. Und wir warten auf den nächsten Match. Auf das nächstes Match. Guck mal, da haben wir auch ein 41er. Bin ich da ein, diese Level 35er hier, ey. Aber ich wäre halt so Quatsch. Äh, so krass. Die sind schon alle Level 50. Und, boah, die müssen echt so gesuchtet haben, ey. Mann, 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 Mann. So, nochmal, we turn off the cover for Schlager. Im englischen, weiß ich gerade den Namen nicht immer. Wall-A-Ware-House, genau. Ähm, jo. Oh, da war schlecht. Ach, ich bin gerade eher so schlecht hier eigentlich. Das kannst du kein erzählen. Der schwingt leider guterweise nicht. Äh, das muss ich nochmal überdenken. Das war auch schlecht. Wow. 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 Ey. Der war gut gewesen, die Runde. Anfang war ich gut. Total gut. Wow. Jetzt gehen sie damit noch einen auf den Kekse. Das ist ja sehr schön. Oh, cool. Der ist durch die Barriere gestorben. Sehr schön. Och, komm doch nicht mal so weit nach vorne, ihr Gegner. Geh doch mal weiter nach hinten. So, weg da. Jetzt bleibt jetzt hier mal ganz ruhig. So. Jetzt nehmen wir den Turm oder der Turm, den Pflicht von mir aus. So, mein Gott, ein Schwingler hat noch was zu tun, der Schwingler. Oh, der Schwingler ist kaputt. Nein. Äh, wo ging der am besten hin? Geh mal hier hin. Oder auch nicht. Toll. Hab ich nicht gesehen. Aber richtig schlecht. Ach ja. Der muss erstmal wieder Eisblau werden. bringt mich so viel ist ja viel zu viel grün ist hier jemand so ganz zufällig warum ist jemand mehr auch nicht okay okay die haben sich selber getötet naja zwei drei kommen machen unsere chance wird bestimmt gut da habe ich gut gemacht glaube ich behaupte ich ach man spielen tut weh obwohl er weiß kann ich so gar nicht und habe jetzt so eine kleine map aber die ist so echt so die ganze zeit hier oben auch ne kann ich nicht ne verliere ich nur 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 verlieren okay jetzt noch mal vielleicht versuchen wer weiß wer weiß blöchen die werden die ganze zeit die bomben auf richtig nervig was die für taktiken hier teils haben das ist nicht mehr schön also 84 zu 29 möchte ich noch mal bitte betonen ja auf den bekomme ich aber ich habe ihm nichts mitgenommen den tod sehr schön immerhin etwas wo jetzt kann aber was grünes ist eben noch zwei was geht du stirbst du stirbst habe ich gesagt dankeschön ne das war so nicht mein röntchen hallo was hat er denn gewesen und wir eine verdammte bombe von dem da oben in meine güte stoppen nicht raus ne komm ich raus man ich habe ihn da um getroffen den nervbollen ne aber bringt mir das hilft nichts nur mal gleiche problem oder wollte ich nicht ich sterbe um die ganze laufenden band ich bin nicht gut ich bin nicht gut ich bin nicht gut ich spiel so schlecht ja so schlecht aber ich den kameraden sind nicht besser ich habe das Gefühl hier will einer wieder kommen wow wow ok habe ich mich noch getroffen immerhin wow ach vorher haben wir hier so waschen getan was meint ihr denn da eigentlich gerade zum schluss hallo weg damit dankeschön hallo oh da kommen wir jetzt glaube ich oder auch nicht die schüler tot was das denn wollte ich den jetzt haben warum wollte ich den haben und der ist auch noch hinter mir mann hey letzter angriff habe ich gehört und ich habe auf den falschen geklickt weil ich schlau bin bin klug bin klug bin klug ah nein nein ist nicht meins nein ich wünschte ich könnte jetzt einfach die map wechseln ach ja Part 10 äh Part 100 man wird einfach nur nieder gemacht mhm schön ne finde ich auch aber wenn jetzt wieder punkadius skatepark kommt dann sind wir wieder am plus hoffe ich obwohl das war eigentlich auch luck gewesen muss man sagen ja wir werden sehen erst mal wieder warten auf die gegner oh nein jetzt habe ich irgendwann gedrückt nachher pause habe ich gedrückt ich schlau kopf und das ist auch schon sehr schön all right punkadius skatepark bringen wir top zum ziel alles klar wird erledigt und los geht es ja hm mal gucken wie es jetzt läuft ich bin gespannt machen wir erstmal hier einen sprinkler hin weil warum auch nicht aber ich bin gerade auch nicht so wirklich in der materie erst der tun muss ich sagen boah dankeschön weil ich sie noch getroffen habe meine güte hätte ich mich jetzt aufgeregt wenn ich nicht bekommen hätte oh das war doof gewesen da wollte ich doch mal nicht hinschießen na egal na egal ey ja so genau machen wir das da das sieht sehr gut aus halt mal von hier kommt gerade keiner ne mhm nö wohl der turm wird auch gerade angeführt oh dann wollten wir hier auch so viel Mühe man oh ich bin ja so schlecht geschossen ey aber ich habe es irgendwie hingekriegt Gegner führt toll und ich bin derzeit hier hinten äh ist ja wunderbar kein tummel aber aufgehalten das finde ich ja doch sehr schön warte mal da lebt noch einer lebt da nur einer halt nicht oh egal team wird äh na sowas sind es noch nicht schade tun wir den Gegner äh doof 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 lass uns da hinten da hinten hi wie geht's mach die mal kaputt ne hi der eine hat mich nicht gesehen zum Glück okay okay da hinten kommt gerade einer da kriege ich den eigentlich ja ne auch Hilfe oh Hilfe ja da hinten war der Arsch wieder okay der Elite hat mich aber getötet nicht der Arsch ha 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 oh hey guck mal wer kommt grün oh wow ey ich bin so schlecht manchmal ne das ist schon immer schön Hi, was geht? Ah, Kugel. Schön. Hab ich auch. Manchmal. Ja, genau. Geh einfach runter. Ist okay. Bleib unten. Passt schon. 57. Ja. Komm schon, mach höher. Den Käse. Wow, was? Weg damit. Weg. Mann, ich hasse diese... Boah, ich hasse Luna Blaster. Jetzt geht doch bitte nicht über 42. Och, Leute. Und jetzt leben auch nur zwei Leute. Oh. Muss das manchmal wirklich sein? Krieg den da oben nicht. Das ist doch so gut zum Kotzen, ey. So, hab ich doch noch bekommen. Och, Mann. Ach, nee, ey. Ist nicht meine Runde. Oder meine Liga. Ich hab keine Ahnung, was. Geh mir nicht auf den Keks. Hast du mich schon... Ja, krieg noch zum Schluss. Ja, hat er mich. Oh. Hm. Also, wir halten fest. Ah, Plus Liga ist nix für mich. Aber ich, äh, muss mich ja irgendwie festhalten dran, ne? Haben die zu, wie ich nochmal in der B-Liga spielen? Da war das nicht so schwer. Da war die Welt noch in Ordnung. Oh, wow. Hat er nicht langweilig, das Ganze. Ach, ja. Hi. Was geht? Jetzt hab ich ja auch so ein Auffall. Oh, meine Güte, bin ich heute schlecht. Oh, leck mich doch. Dankeschön fürs Rechen. Warum kommen die denn schon mehr so nah zu uns? Ach, Mann. Weißt du echt nicht schön hier. Wart mal, ich muss hier mal hier so einen Schwingler ranmachen, glaube ich. Ich glaub, der wär ganz gut. Kommen die Gegner an. Hey, wär's gedacht. Also, ich hätt's nicht gedacht. Oh, hi. Was geht? Oh, das kann nicht wahr sein, ey. Diese blöde Dankeschön. Wo kommen die eigentlich gerade alle her? Jetzt mal ganz ohne Scherz. Woher? Ja, lass uns noch ein bisschen weiter. Es sind noch elf. Es sind nur noch elf, zehn. Okay, wow. Ihr habt's gestoppt. Bin stolz auf euch. Irgendwie. Äh. Oh, da kommen wir in die Bomben. Sehr schön. Halt dein Maul. Du kriegst sie nicht. Du sollst hierbleiben, du Sau. Meine Güte. Das ist nicht sauer. Das ist einfach eine Geschichte. Okay, es ist doofe Idee, sich hier oben hinzuschaffen. Silbertabletten. Ich selber zu... Ei, was geht? Ei, was geht? Genau, 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 genau. So. Nicht anders. Genau so. Oh mein Gott. Bin grad voll gut. Oh mein Gott, hab ich grad nen Lauf. Ich hab grad nen Lauf. Ich hab grad nen Lauf. Reicht mir aber nicht A aus. Nein. Nein. Zwölf. Elf. Und es war nur noch zwölf. Ja. Ja. Jo. Team Shoot. Oh, dafür liebe ich's da tun. Für diese Wendem-Momente. Diese Wendem-Gewinner-Momente. Alter. Okay, zum Schluss hab ich nochmal was rausgehauen. Sehr schön. Das gefällt mir. 10, 7. Ich glaub, anfangs waren's glaube ich so 7, 7. Weil zum Schluss hab ich doch nochmal vier Kills gemacht. Da hab ich auch nochmal was richtig gemacht zum Schluss. Oh, 40. Geil. Finde ich sehr schön. Und weil das die 100. Folge ist, machen wir noch ein Match. Und dann, äh, ja, dürften wir, äh, he, 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 he. Äh, bei 25 Minuten sein, glaub ich. Wenn ich richtig gezählt hab. Ja, hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich. Ja. Hab ich? Hab ich das? Ja, hab ich. Äh, ja. Ja, für 20 Minuten ungefähr. Also noch mehr. Ob's dann der Länke jetzt der längste Part ist, weiß ich nicht. Glaub ich hatte schon mal eine halbe Stunde. Hab ich schon mal eine halbe Stunde einen Part gehabt? Was das Platt tun? Weiß ich nicht. Aber jedenfalls ein bisschen länger. So. Ne? Ich mein, aber man muss grad sagen, die Maps sind nicht so geil. Mh, ne, nicht wirklich. Rats und Tonkommandus geil, aber nicht. Also punkte Skateparks Kurve nicht Kofferfischlage. Kofferfisch ist so, bäh. Braucht man nicht. Naja, wir brauchen Musik, stimmt ja. So, letztes Badge für heute. Wir spielen Kofferfischlager. Kofferfischlager. Hab jetzt gedacht, ich Kofferfischlager. Ja, wow. Ist echt grad zum Abwechseln. Ist ja lustig. Naja. Wie man's nennt. Gut. Wenn wir hier noch einen Gewinn kriegen, dann bin ich zufrieden mit meiner Leistung für heute. Wenn nicht, dann bin ich unzufrieden mit meiner Leistung. Weil die ist heute alles andere als gut. Ich komm aber auch so langsam irgendwie vorm Vergleich zu den anderen. Das ist auch nie, was da los ist. Aua. Aua. Man, da kann man sich immer von hinten anschleichen. Immer das Gleiche. Ach ja. Schön, ne? Ich mag auch das Spiel. Hm. Mal legen wir einen Sprinkler hin. Okay. Sieht aber noch sehr blau aus hier das Ganze. Äh, nee. Schon gesichert. Oh, ich hab schon einen Sprinkler hier ran. Sehr schön. Hallo. Wer will noch nicht, wer hat noch mal? Kann ich hier hoch? Kann ich, tatsache. Ist sehr cool. Hi, was geht? Oh, ich bin tot. Ne, mein Team ist noch lebend. Okay. Ähm, wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich, äh. Okay, cool. Ähm. That was quickly. Äh. Ich hab den Koffer für Schlager noch gewonnen. Aber ich glaub, das war schlechtes Teammanagement davon, den. 3-1. Oh, eine 5-0. Krass. Ich hab gesagt, letztes Match, ne? Ich hätt jetzt aber nicht mit sowas gerechnet. Deshalb machen wir jetzt noch ein Match. Äh. Wow. Das war ja nix. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Komm, fortsetzen. Natürlich. Das war ja gar nix. Äh, weißt du, das war so eine leichte Schulter. Weißt du, nicht mal wie angestrengt man. Obwohl, doch schon angestrengt. Ach ja. Also. Äh, wir warten. Jetzt auch. Dann, also jetzt Match. Da kann ich nochmal sowas passieren. Außer vom Gegnerischen Team. Da kann sowas gerne mal wieder passieren. Okay. Los geht's. Wir spielen. Komm, verschläge. Der Revenge. Auf der Revenge. Auf der Revenge. Auf der Revenge. Auf der Revenge. Also Revenge. Ne? Nicht Revenge. Nicht vergesst, Leute. Kinder. Alles klar. Und los geht's. Alles war echt gut gewesen von uns, muss ich sagen. Also da war das Team echt nicht so dumm. So, jetzt haben wir ja auch ein Sniper im Team. Das kann sehr gut Vorteile bringen. Äh, ich weiß nicht, ob ich links hätte gehen rum sollen. Oder rechts. Oder links. Okay, hier will einer schon mal die... Was ist das denn bitte für eine Taktik? Weg damit, hab ich gesagt. Weg damit. Nein, weil ich jetzt weg. Tschüss. So geht das ja nicht, mein Lieber. So, ich dachte, das wäre zuvor gegriffen, wenn ich das da rauf mache. Oh, oh. Äh, ja. Okay, doch. Okay. Ja, ja, okay. Ich bleib drauf. Von wo krieg ich denn gerade die ganze Zeit abend? Von da, rechts. Okay, alles klar. Ähm, 49. Ist, ist ein Anfang. Ist ein Anfang. Kann man mit erstmal arbeiten. Ist aber nicht viel, muss man sagen. So, erstmal hier, wenn wir mein Dings sind. Weil jemand meinte, ja hier über rechts kommt zu müssen. Fand ich jetzt nicht nett. Die sehen mich gerade die ganze Zeit, ne? Hi, was geht? Hab nur ein bisschen Schaden abbekommen. Geht ja noch. Hi. Oh, ich bin irgendwie runtergefallen. Was ist da passiert? Okay, warum versuche ich es eigentlich? Ich weiß es nicht. Hallo. Hi, was geht? Okay. Hoch da, hoch da. Wo gehst du hin? Ach, Mann. Hallo. Oh, ich hab einen Tintender. Mh, das ist schlecht. Oh, mh. Okay. Ach, ja. Ne, nicht so sehr, nicht gut. Okay, jetzt war ich tot. Zwei waren zu viel. Und ich hab schlecht geschossen. Okay. Aber, man muss sagen, wir dominieren ja deutlich, würde ich sagen. Obwohl hier, glaube ich, schon ein bisschen im Action los war. Wenn ich hier so halt lilaner sehe. Ah, was geht? Okay, 38. Sehr schön. Immer weiter, Mann. Äh, Hilfe. Äh, würde ihm erreichen. Schade. Hm, ne, würde ihm erreichen. Ja, ist ja okay. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon, Team. 33 ist okay. Kann man mitarbeiten. Das ist schon mal echt sehr gut. Ähm. Schon mal Gegnerhand. Ah, was geht? Oh, hi. Oh, toll. Oh, Tinten-Kraken. Oh, fies. Hier, bei Tum-Kommando. Ach ja, jetzt pushen die sich natürlich nach vorne. Alter, bitte was, Leute? Jetzt kann ich euer Ernst sein. Jetzt kann ich euer Ernst sein. Schloss. Stopp. Mann, warum? Wieso? Muss das sein? Och. Wie haben wir das denn noch gerettet? Das bringt ja nichts. Das ist ja nur ein Punkt. Oh, guck mal. Tunge. Krieg in der Hand. Ja. Ja. No. Immer noch ein Match. Hab einfach Bock drauf. Aber es ist wirklich allerletztes Match. Egal, was passiert. Wir nehmen das jetzt so hin. Und dann ist die 100. Folge auch was Besonderes. Nämlich, wie oft ich failen kann. Aber ich bin immer noch A++10 seit Anfang der Aufnahme. Das finde ich immer noch sehr nett. Das war... Zum Schluss haben wir einfach Fehler gemacht. Wir haben die ganze Zeit dominiert und irgendwie zum Schluss einen Fehler gemacht. Das ist schade. Na gut. Letztes Match. Allerletztes. Egal, was passiert. Wenn einer Sekunde jemand gewinnt, dann gewinnt er halt so. Ende aus der Diskussion. So. Oh, man wird langsam warm vom Spiel. Ach ja. Kriegt man sich mal so auf. Muss doch nicht sein, ey. So, kommt schon. Vier Spieler. Ganz schnell. Hol dir mal welche zusammen. Ja. Wunderbar. Sehr schön. All right. Last match for today is on Walleye Warehouse. Türm. Ne, Türm. Towerkommando. Bring back the tower. Heißer Menge schon so? Weiß nicht. Ich habe keinen Sniper. Die haben Sniper. Toll. Das wird lustig. Nicht. Und auf der Haus Sniper habe ich nicht gesehen. Alles klar. Ich nehme meine Aussage zurück. So. Ich weiß nicht, ob das hat was bringt, einen Springer hinzusetzen. Ich mache es einfach mal immer wieder. Weil kann halt ganz gut sein. Und manchmal halt auch nicht. Aber ich push einfach mal. Lala. Hat ganz schön schief gehen. Alles. Genau. Toll. Aber ich habe die abgelenkt. Oh, da liegt noch einer von uns. Ja. Keiner liegt noch von uns. Da von neben drei. Ja. Das war nicht schlecht. Nein, das war alles geplant. Das kann nicht wahr sein. Wo kann der denn her da? Da eine. Mann. Oh, die kommen ja zu dritt. Und pushen. Und blääh. Wow. Das ist richtig schlecht gerade die Runde. Die Runde ist gerade richtig schlecht. Alter. Hast du einen Schaden? Okay. Da brauche ich nichts mehr machen. Was war das denn? Schön die ganzen Folgen. Da kann ich mal reden. Den Popschutz hier voll gesammelt. Egal. Wow. Das war ein toller Ende. Egal. Wir lassen jetzt hier so stehen. Das reicht für heute. Das war es für die Hohenartste Folge. Wir müssen es jetzt mal wieder mit tun. Das war die Hohenartste Folge. Ich hoffe, ihr habt euch das gefallen. Auch wenn es nichts Besonderes war. Egal. Jetzt sind wir wieder auf dem gleichen Stand wie vor dem Anfang der Folge. Hat sich doch gelohnt. Ich hoffe, ihr seid bestimmt 콩 Alexandria. Wir sind wieder bei. Und bis dahin. Das war ich schau. Euer Nenyoshi. Denn du. Chau. Oh Gott. Weg damit. Bitch.